Nächtliche Ruhestörer In der Umgebung des Freizeitlagers gab es sehr viele Wildschweine. Auch wenn die Kinder tagsüber sehr ausgelassen waren und sich bedenkenlos weiter in den Wald hinein wagten, so änderte sich das immer gegen Abend. Allmählich kamen auch die Mutigsten mit ihren Spielen auf die Lichtung und es wurde dort sehr ruhig, ohne dass Onkel Pavel etwas sagen musste. Denn sobald es dunkel wurde, wirkte der Wald unheimlich und immer wieder hörte man deutlich das Schnüffeln der Wildschweine. Die Kinder waren sehr darauf bedacht, in ihren Abendgebeten immer um Gottes Schutz zu bitten. Man konnte oft ungefähr folgende Gebete hören. Herr, sende deinen Schutzengel, lass es nicht zu, dass die Polizisten uns finden und bewahre uns in der Nacht vor den Wildschweinen. In der Nähe des Lagers befanden sich einige Schrebergärten. Sehr oft wurden sie von den Wildschweinen zerstört. Aber in dem Garten, der dem Lager am nächsten lag, war nie eine Spur davon zu sehen. Der Besitzer dieses Gartens arbeitete am Fluss und brachte die Kinder oft von einem Ufer zum anderen. Eines Tages sagte er zu den Kindern, seltsamerweise haben die Wildschweine dies Jahr nichts in meinem Garten zerstört, während die Gärten meiner Nachbarn ziemlich wüst aussahen. Ich denke, selbst die Schweine merken, dass hier Menschen in der Nähe des Gartens sind. Als die Kinder beim Abendgottesdienst dieses Gespräch erwähnten, kamen sie zu dem Schluss, dass Gott ihre Gebete erhört und jede Nacht seinen Schutzengel gesandt hatte, um sie zu bewahren. Nur deshalb wagten die Wildschweine es nicht, in ihre Nähe zu kommen. Am Ende des Sommers, als der Mann seine Ernte einsammelte, war er von dem reichen Ertrag so überwältigt, dass er den Kindern eine Menge Wassermelonen schenkte. Nach dem Abendgottesdienst gingen alle Kinder in ihre Zelte. Eine Zeit lang konnte man noch gedämpft ihre Gespräche hören. Dann kehrte auf der Lichtung Stille ein. Wie immer machte Onkel Pavel die Runde durchs Lager und schaute überall noch einmal nach dem Rechten. Dann ging auch er in sein Zelt. Eigentlich hatte Onkel Pavel keinen beständigen Schlafplatz. Meistens schlief er in einem der Zelte, in den die größeren Jungen untergebracht waren. Dann sprachen sie abends noch miteinander. Doch oft beanspruchten ihn auch die Kleineren, denn sie meinten, auch ein Recht auf ihn zu haben. So wechselte Onkel Pavel von einem Zelt in das andere. Heute schlief er im Zelt von Alexander, Pavel, Leonid und Alexei. Onkel Pavel war noch nicht eingeschlafen, da hörte er seltsame Geräusche im Wald. Erst dachte er an Wildschweine, doch je mehr er lauschte, desto verdächtiger kam es ihm vor. Ob man wohl unser Freizeitlager entdeckt hat und uns jetzt einkreisen wird? Oder sind es nur Landstreicher, die sich hier etwas holen wollen? Den Geräuschen nach zu urteilen müssen es Menschen sein, ging es ihm durch den Kopf. Wenn das Freizeitlager wirklich von der Polizei entdeckt worden ist, dann müssen wir schnell etwas unternehmen, überlegte er weiter. Leise erhob er sich, zog sich an und weckte Leonid und Alexander. Er flüsterte ihnen zu, sie sollten sich anziehen und nach draußen kommen, denn er müsse etwas mit ihnen besprechen. Als die beiden nach draußen kamen, fragte er, hört ihr die Geräusche? Was meint ihr, was es sein könnte? Die Jungen lauschten eine Zeit lang, dann meinte Alexander, es hört sich nicht nach Wildschweinen an. Wir wollen mal den Geräuschen nachgehen, sagte Onkel Pavel. Ich vermute, dass es Menschen sind, wer weiß, wer uns hier entdeckt hat und vielleicht jetzt in der Dunkelheit etwas anstellen will. Die beiden Jungen erwiesen sich als sehr tapfer und waren bereit, mit Onkel Pavel zu gehen. Dieser konnte sich im Wald völlig geräuschlos bewegen, kein Ästchen knisterte unter seinen Füßen. Die beiden Jungen bemühten sich, genauso zu gehen wie Onkel Pavel und so konnte niemand sie entdecken. Sie gingen den Weg ein Stück weit in den Wald hinein und lauschten aufmerksam auf die Geräusche. Sie hörten ganz deutlich, dass gesprochen wurde, konnten die Worte aber nicht verstehen. Das sind Menschen, flüsterte Onkel Pavel. Sie diskutieren über etwas, die Worte kann ich aber nicht verstehen. Jetzt gehen sie los und kommen in unsere Richtung. Wenn es jemand von uns wäre, würden sie auf keinen Fall solch einen Lärm machen und auch nicht zu dieser Nachtzeit kommen. Es sind also mindestens zwei Fremde. Man kann mit Sicherheit annehmen, dass sie nichts Gutes im Schilde führen. Ihr beide bleibt hier im Gras liegen, der eine an dieser, der andere dort an jener Seite des Pfades. Sollten die Banditen kommen, dann packt sie an den Beinen und versucht, sie festzuhalten. Ich laufe jetzt schnell zurück, wecke vorsichtig die anderen Jungen und komme dann mit ihnen wieder her. Wir müssen es vermeiden, dass das ganze Lager aufgestört wird. Bei diesen Worten war es mit dem Heldenmut der beiden vorbei. Aber Onkel Pavel, wir können hier doch nicht allein bleiben, flüsterte Leonid aufgeregt. Ihr seid doch die Helden der Waldkirche, wie ihr euch immer nennt, erinnerte sie Onkel Pavel. Ich bleibe nicht alleine hier, flüsterte nun auch Alexander, drehte sich um und ging zurück in Richtung Lager. In diesem Augenblick waren die zwei Banditen ganz nahe an Onkel Pavel und Leonid herangekommen und Onkel Pavel hörte eine bekannte Stimme sagen, heute werden wir ihnen allen einen gewaltigen Schreck einjagen. Das wird lustig, wenn sie alle aus den Zelten herausgelaufen kommen. Wir müssen uns aber gut verstecken, damit man uns nicht entdeckt, erwiderte eine andere Stimme. Nun, Viktor und Igor, wen wollt ihr denn erschrecken? fragte Onkel Pavel ganz laut und versperrte den beiden den Weg. Jetzt wurden Viktor und Igor aber deutlich erschreckt. Wie angewurzelt blieben sie stehen, als Onkel Pavel sie mit der Taschenlampe anleuchtete. Alexander, der noch nicht so weit von den anderen weg war, vernahm die Worte von Onkel Pavel und merkte sofort, dass es sich bei dem Banditen um Jungen aus dem Lager handelte. Vor ihnen wollte er auf keinen Fall als Feigling dastehen. So überlegte er kurz, hob einen großen Stock auf, der gerade vor seinen Füßen lag und eilte zurück. Ach, Alexander, ich dachte, du liegst schon unter der warmen Decke, rief Onkel Pavel verwundert aus. Ich wollte ja nur einen großen Stock holen, rechtfertigte Alexander seinen Weggang. Als sie wieder im Lager waren, sagte Onkel Pavel, jetzt geht ihr alle sofort schlafen. Über den Vorfall reden wir morgen noch. Einige Kinder waren aber trotzdem vom Lärm aufgewacht und bekamen die ganze Geschichte mit. Alexei, einer aus dem Bruderrat, der am nächsten Tag die Veranstaltungen zu organisieren hatte, rief alle nach dem Frühstück zusammen. Es sollte über den nächtlichen Vorfall gesprochen werden. Nach dem Gebet sagte Alexei, ich möchte Viktor und Igor bitten, nach vorne zu kommen. Mit langsamen Schritten gingen die beiden nächtlichen Ruhestörer nach vorne. Igor ließ seinen Kopf hängen. Viktor dagegen schien so zu tun, als mache ihm das Ganze nichts aus. Er schaute über die Köpfe der Versammelten hinweg. Doch so richtig gut gelang ihm das nicht. Alexei fragte, »Habt ihr überhaupt über euer Tun nachgedacht? Was hat euch bewogen, die Nachtruhe zu stören?« »Nun, wir haben uns nicht viel dabei gedacht. Wir wollten euch nur erschrecken, weiter nichts«, sagte Igor mit leiser Stimme. Da erhob sich ein Junge namens Grigori aus der Gruppe der Älteren und sagte, »Ich glaube, die beiden haben kaum an andere gedacht. Sie wollten nur mal ihren Spaß haben. Wir alle wissen ja nur zu gut, dass wir, wenn wir von der Polizei entdeckt werden, diesen Ort verlassen müssen und dass Onkel Pavel und die Gruppenleiterinnen in Gefahr stehen, verhaftet zu werden. Onkel Pavel muss für die Sicherheit sorgen und deshalb hat er das Recht, von uns zu erwarten, dass wir uns ruhig und ordentlich verhalten. Wie viel Sorgen habt ihr Onkel Pavel schon durch euer Tun bereitet?« Alexei fuhr fort, »Zudem wisst ihr auch sehr gut, wie viele gefährliche Wildschweine es hier im Wald gibt. Wenn euch etwas zugestoßen wäre, wer hätte dann die Verantwortung tragen müssen?« Da wandte er sich nun an die Versammlung. »Ich schlage vor, dass wir Viktor und Igor für aussätzig erklären, bis sie gründlich über ihr Tun nachgedacht haben und es ihnen wirklich leidtut.« Nach einigem Diskutieren nahmen die Kinder Alexeis Vorschlag an und dieser wandte sich an die beiden Jungen. »Ihr habt die Meinung aller Anwesenden gehört. Es tut uns allen sehr leid, dass ihr Onkel Pavel durch euer unbedachtes Verhalten so viel Sorgen bereitet habt. Ab heute erklären wir euch für aussätzig. Im dritten Buch Mose Kapitel 13 lesen wir folgende Worte. »Wer nun aussätzig ist, soll unrein sein, alleine wohnen und seine Wohnung soll außerhalb des Lagers sein. Das heißt also, ihr dürft vorerst nicht an den Gottesdiensten, Ausflügen und Wettbewerben teilnehmen. Während des Essens müsst ihr abseits vom Tisch sitzen. Wenn ihr gründlich über euer Verhalten nachgedacht habt und es euch leidtut, könnt ihr mit Onkel Pavel darüber sprechen und der wird entscheiden, ob man euch wieder in die Gemeinschaft aufnehmen kann.« Viktor war über den Beschluss der Versammlung zuerst sehr aufgebracht. Doch je mehr er darüber nachdachte, desto mehr sah er sein Unrecht ein. Sein Vater war auch mehrere Male in Gefangenschaft gewesen und zur Zeit konnte er nicht frei zu Hause leben, weil ihm erneut eine Verhaftung drohte. So oft hatte Viktor in Gesprächen gehört, wie wichtig es sei, dass ein jedes Familienmitglied sich so verhält, dass es den Vater nicht in Gefahr bringt. Er dachte darüber nach, dass er durch den Lärm auch die Menschen im unweit gelegenen Pionierlager hätte aufmerksam machen und dadurch das ganze Freizeitlager in Gefahr bringen können. Und was, wenn Onkel Pavel dadurch verhaftet worden wäre? Er wollte auf keinen Fall, dass sein Vater nochmal verhaftet werden sollte und Onkel Pavel hatte ja auch viele Kinder. Überhaupt war Onkel Pavel immer so gut und liebevoll zu ihm, trotz allem, was er schon angestellt hatte. Als Viktor am nächsten Tag mit Onkel Pavel sprach, kam seine Bitte um Vergebung von ganzem Herzen. Und er hielt sein Versprechen bis zum Ende der Freizeit und bereitete Onkel Pavel keine Sorgen mehr. Auch Igor versuchte seit jenem Tag sich so zu verhalten, dass Onkel Pavel nur Freude an ihm hatte.